hallo liebe schätzchen jäger und briefmarkensammler hier ist Edmund von der briefmarkenfarm und ich habe hier für euch ganz wundervolle postkarten 60 stück ja 60 stück alles mögliche dabei einen kurzen rundblick also wir haben hier so das ist in 60er jahren alle mit marken hier ist was humoristisch ist alle mit marken und zwischen von den 50ern ganz viel belieben sachen dabei von 50ern bis in die 80er jahre noch so zeigen ist jetzt mehrfach beieinander gelegt sind gesagt 60 stück eine ganze menge 60 jahre 70 jahre und natürlich alles mit marken also eigentlich stammt es aus der briefmarkensammlung aber ich denke selbst die karten motive sollten ganz interessant sein deswegen wollte ich euch das alles zusammen zeigen wie gesagt echt gelaufene postkarten alles mit briefmarken 50er bis 80er jahre ja ab sofort bei uns im angebot ich würde mich freuen wenn ich euch das zuschicken darf vielen dank